Laut dem Besitzer des Bikeparks ist der Junge nach einem Sprung gestürzt, der mit Warnhinweisen versehen sei und auch umfahren werden könne. Wie es zu dem Unfall kam, ist weiter unklar. Die Polizei sucht deshalb noch nach Zeugen. Es ist laut dem Besitzer des Bikeparks Bärfelden der erste tödliche Unfall, deshalb bleibe der Park am nächsten Wochenende auch geschlossen. Es gibt dort insgesamt neun Parcours. Man kann dort nur zu entsprechenden Öffnungszeiten fahren und muss auch einen Helm und einen Rückenprotektor tragen.